Kulturelle Unterschiede sind immer ein Grund um zu sprechen, Gesprächsthema. Ich wurde wirklich mal im Kiosk von einem Deutschen angesprochen, der hat sich langsam rangepirscht, hat sich getraut quasi, die Mission, er spricht einen Moslem an, wie wird es ausgehen? Und der hat mich wirklich ganz stumpf und ganz platt und ganz kurz und knackig gefragt, sind sie Moslem? Ich so, ja, aber ich sehe aus dem Zeuge Jehovas, deswegen muss man das nicht gleich raushauen. Und dann hat er mich gefragt, warum dürft ihr kein Schwein essen? Und ich fand die Frage wirklich schon sehr enttäuschend. Ich finde, er hat seinen ganzen Mut zusammengefasst, quasi das ganze Mutkonto aufgebraucht für diesen einen Moment, fragt ein Moslem, der kann auch noch Deutsch, mehr Glück geht eigentlich gar nicht. Und dann fragt er, warum dürft ihr kein Schwein essen? Der kann eigentlich ganz andere Fragen stellen, wie was habt ihr als nächstes vor? Oder warum seid ihr so? Macht ihr die Falafel selber? Es gibt so viele Fragen, die man stellen kann. Ich glaube, das war ein Schweinliebhaber, der jedes Mal, wenn er Schwein isst, sich wundert, die Moslems, ich verstehe sie nicht, wie kann man nur darauf verzichten. Ich habe nicht auf Schwein verzichtet, ich habe wirklich schon sehr oft Schwein gegessen, weil jeder, der Döner isst, hat schon mal Schwein gegessen. Ich bin mir sicher, ich habe schon mal eine ganze Wildschwein-Dynastie weggeatmet. Mein erster Kontakt mit Schwein war, da war ich ungefähr acht Jahre alt mit meinem Vater. Wir wollten Wasser kaufen, also er wollte, ich musste mit. Und an der Kasse sieht mein Vater, wie ich mir teure Schokolade anschaue, reflexartig nimmt er das günstigste und legt's hin. Ein Beefy. Was wir damals nicht wussten, Beefy ist ein Schweineriegel. Ich habe im Auto herzhaft reingebissen, mein Vater fährt und fragt mich, und wie schmeckt? Ich so, ja, nach Wurst. Alarm für Cobra 11, Vollbremsung. Mein Vater fährt rechts ran, reißt mir Beefy aus der Hand, liest die Packung, er kann lesen. Salami, ich habe zuerst gelesen, Islami. Der war wirklich schockiert, ich musste zwei Tage fasten, damit das Stück Beefy meinen Körper nicht verseucht. Seitdem heiße ich Sascha im Freundeskreis. Welcher Abteil? Ja, Sascha. Ah, der mit dem Schwein. Okay. Und ich werde einen Schritt auf Deutschland zugehen. Ich bin ja Deutscher, ich bin ja hier geboren, ich bin Deutscher ohne deutschen Pass. Gibt's auch. Aber ich werde, wie gesagt, diesen Schritt machen. Ich hoffe, ihr werdet angemessen reagieren. Ich werde bald den deutschen Pass beantragen. Ja, Mann. Danke. Yeah. Danke, Mann. Thank you. Okay. Toll. Ja, ich würde den deutschen Pass sofort kriegen. Macht euch keine Sorgen, es ist reine Formsache. Aber ich müsste mehr bezahlen als die Urdeutschen hier. Ich müsste wirklich für den deutschen Pass ungefähr 250 bis 300 Euro bezahlen. Das ist sehr viel für den deutschen Pass. Ein Freund von mir kann den günstiger besorgen. Da ist dann vorne kein Adler drauf, sondern eine Amsel. Aber für den Preis kann man nichts sagen. Ich werde ihn trotzdem holen. Ali hat den Pass schon lange. Sein Vater hat ihn überzeugt mit einem Argument. Wenn du den deutschen Pass hast, kann dich keiner abschieben. Und da war klar, Ali wird Germane. Er hat die Hymne sofort auswendig gelernt, hat sie uns im Wettbüro vorgesungen, ganz stolz, bis einer reingerufen hat. Hey, stopp, das ist die verbotene Strophe, was soll das? Der war ein bisschen übermotiviert. Und dann kam ein Schreiben, das ihr gar nicht kennt, die Einladung zur feierlichen Übergabe der deutschen Staatsbürgerschaft. So richtig Zeremonie. Ich bin mit, ich war echt neugierig, was da so abläuft. Vor der Tür standen 40 noch Ausländer. Also Ausländer im Endstadium quasi. Das war so eine Masseneinbürgerung. Dann kam der Bürgermeister, alle rein. Dann wurden sie über ihre Rechte und Pflichten eines deutschen Staatsbürgers aufgeklärt. Dann mussten alle schwören. Das war kein Problem, hatten die aus dem Privatleben schon. Hey, schwörst du ja, ich schwör auch. Hey, schwörst du ja, ich schwör. Wir schwören alle gemeinsam. Das ist so. Die sind schon immer deutsch quasi. Dann musste man die Hymne singen. Einer kam im Trikot von Mesut Özil. Da wusste man, er singt jetzt nicht wirklich die Hymne mit, aber die anderen haben mitgemacht. Und dann waren sie fertig. Das war echt der Hammer. 40 Ausländer gehen rein, 40 Deutsche gehen raus. Der Zaubertrick. Und die waren wirklich sofort deutsch. Einer hatte sogar sofort Laktoseintoleranz. Ich habe vorhin eine Taube angezündet. Spaß. Ich habe keine Taube angezündet. Ich hatte kein Feuer. Und es ist irgendwie eine komische Situation, dafür jemand nach Feuer zu fragen. Ja. Sorry, Dicker. Hast kurz Feuer? Dankeschön. Komm her. Komm her. Deo. Dankeschön. Ich habe vorhin eine Infobroschüre über Verhütung gelesen. Einfach, weil ich jetzt auch angefangen habe, mich für Mädchen zu interessieren. Das ist mir aufgefallen. Es gibt so einen krassen Unterschied in der ausgefalteten Verhütungsmethoden zwischen den Geschlechtern. Also Verhütung bei Frauen ist Wissenschaft. Also das Ergebnis jahrzehntelanger verkopfter Forschung. Also da wurden Nobelpreise für vergeben. So irgendwelche abgefahrenen Kupferspiralen, die man sich irgendwie so vaginal Okay, vaginal klingt so derbe. Also irgendwelche abgefahrenen Kupferspiralen, die man sich so in die Fotze reinballert. Ich war es. Irgendwelche abgefahrenen Kupferspiralen, die man sich so scheidal einführt. Irgendwelche Monatspillen, irgendwelche Hormonspritzen. Das ist Wissenschaft. Und bei Männern hat man sich einfach so gedacht so, ähm, ja, äh, machen wir einfach eine Tüte über den Pimmel, oder? Wer ist dafür? Alle? Cool. Wie wollen wir was nennen? Tütenpimmel? Pimmeltüte? Oder Kondom? Kondom ist auch kein schönes Wort. Kondom klingt nicht sexy. Die meisten Verhütungsmethoden haben so voll die upturnen Namen. So Kondom, Pille, Diaphragma. Diaphragma klingt wie so ein wichtiges Teil in der Heizung. Also, wo ist der Liste? Ja, frag mal, Alter! Jut, nächster Punkt, ähm, Thema Kampfjets. Äh, Deutschland. Deutschland besitzt 128 Kampfjets. Und davon sind nur vier funktionstüchtig. Einfach vier. Das heißt, Deutschland hat nur vier funktionssüchtige Kampfjets mehr als ich. Das kommt mir wenig vor, ja. Ich bin absolut kein Experte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kampfjet-Differenz zwischen Privatpersonen und Land größer vier sein sollte. Ja, so. Ich könnte mir jetzt zwei Kampfjets kaufen, ja, also könnte ich wirklich, bei mir läuft, ich könnte... Ich könnte mir jetzt zwei Kampfjets kaufen und dann muss Deutschland sich Kampfjet-mäßig auf einmal so richtig mit mir auseinandersetzen, ne, also. Ich fand ich noch eher, mit 18, 19 hatte ich mehr Sex als heute. Also ich liebe sie, aber irgendwie ist das nicht mehr so, also der Zyklus ist in mir. Früher war das für mich so, als hätte ich so ein Maschinengewehr und 90 Magazine direkt neben mir, so. Und heute habe ich so eine alte, rostige Schlotfinde mit einem Schuss und ich weiß nicht, wo die Munition ist, so. Keine Ahnung. Auf dem Dachboden. Irgendwie. Naja, also ein bisschen Sex haben wir auch. Also es ist nicht so, dass wir ab und zu, passiert das schon mal, so alle zwei Monate mal, muss halt auch, muss ja auch raus, ne, und... Ne, aber es ist geil. Wir gucken tatsächlich primär lieber Filme, weil da ist von vornherein klar, dass beide Spaß haben. Das ist auf jeden Fall besser. Es gibt nichts Schlimmes für mich, als irgendwie Sex zu haben, wenn einer weint und sagt, bitte nicht mehr. Das ist einfach ein komisches Gefühl für mich, vor meiner Freundin zu weinen. Das ist einfach das. Ich fühle mich dabei schlecht. Es gibt nichts Schlimmeres, als als Mann so mit Socken, ich habe immer Socken an, das ist mega ekelhaft, und dann läufst du mit so einem Halbsteifen mit Tränen in den Augen durch die Wohnung und irgendwo ist immer ein scheiß Spiegel und du siehst dich, oh Gott. Ne, wir gucken lieber Filme. Das ist krass. Wir hatten tatsächlich vor ein paar Wochen erst wieder einen geilen Film geguckt, so, wo beide happy waren und die beiden Hauptdarsteller, ganz klassisch, Mann und Frau, hatten irgendwann Sex und wir gucken da beide zu und ich dachte mir schon so, Digga, übertreib's nicht. Also der hatte Stellung drauf, die kenne ich nicht. Einfach so. Und der war so heftig. Ich sag, Digga, übertreib's nicht. Meine Freundin guckt zu, das kann ich nie nachmachen. Und sie sitzt da, hm, 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 okay, okay, das geht auch, okay. Und irgendwann sind die fertig, sie liegt so auf ihm, irgendwann sind die fertig und sie dreht sich von ihm runter. Beide liegen da, Kamera von oben und dann, die beide sind zufrieden, grinsen. Es dauert zehn Sekunden, dreht sie sich auf ihn, die machen's nochmal. Meine Freundin sitzt da so, hä? Ist das derselbe Typ oder das ist doch... Das würde ja bedeuten, zweimal hintereinander tun, das geht doch nicht, oder? Ich sag, nein, Schatz, das ist ein Film. Auch das erste Mal war Quatsch. Kurz danach, die sind beim zweiten Mal fertig. Die sind beim zweiten Mal fertig. Ich bin raus, wie gesagt, ich bin da schon. Und er hat auch Ewigkeiten gebraucht, bestimmt dreieinhalb Minuten. Ich wusste nicht, woher er die Energie nimmt, keine Ahnung. Und sie sind beim zweiten Mal fertig, sie dreht sich wieder von ihm runter, aber bleibt dort nicht liegen, sondern dreht sich direkt ein Stückchen weiter ohne Pause, sitzt dann auf der Bettkante, zieht sich so den Schlüpper hoch, die Jeans an, steht auf und geht. Sofort. Also ich weiß nicht, aber mir fehlen schon noch die zehn Sekunden, wie du sie zum Bad läufst, so... Ist das Handtuch frisch, Thomas? Ist das... Ist ein schönes... Ist ein schönes Bild, ist wirklich ein schönes Bild, das ist... Ich liebe das Bild. Das geht übrigens auch nur für die, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht. Erstens, es kommt noch, ihr werdet es erleben. Und es geht auch nur, wenn die Frau beim Sex tatsächlich unten liegt, nur dann geht das Bild, nur dann funktioniert das, weil... Also wenn sie oben liegt, dann geht das nicht, dann ist das eher so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, der Klappentrick hat nicht funktioniert, ich war nicht schnell genug. Ja, das ist geil. Ich finde, das ist ein Witz. Vor allem fragt mich die ganze Zeit dieses Laufen, also dieser, das sieht immer so, muss das so, kann man das nicht cool lösen, so, so, weil ich so... Morgen. Muss das wirklich so, ich meine, wenn ich da manchmal liege und ich sehe das, das sieht immer so aus wie so ein Goblin, der Sperma klaut, irgendwie. Das ist immer so, yeah, haha, hier ist mein Lager, und jetzt soll ich mir mehr. So, hier bin ich, der Augenschmaus des Abends. Ich weiß, was ihr denkt. Mein Kopf ist umgekehrt. So, ja, ich bin Engländer, viele halten mich für einen Amerikaner, aber so dick bin ich auch wieder nicht. Als Engländer verabscheue ich den Begriff Immigrant, ich bevorzuge Kolonist. Als ich vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen bin, hatte ich bloß 20 Euro in der Tasche und guck mich jetzt an. Die 20 Euro sind weg. Deutsch habe ich auf der Straße gelernt, was sehr gefährlich war, mit dem Schreitisch auf der Fahrbahn. Rush Hour war schlimm. Rush Hour 2 war noch schlimmer. Aber nicht so schlimm wie Rush Hour 3. Mittlerweile ist mein Deutsch so gut geworden, dass ich Deutschunterricht gebe. Für Flüchtlinge. Und zwar ehrenamtlich. Denn mir ist wichtig, dass Sie hier in Deutschland bleiben und nicht nach England weiterreisen. Ich darf das sagen, weil ich ein Rassist bin. Apropos Rassismus haben wir AfD-Wähler hier. Recht den Arm hochheben. Keine Sorge, ich mach mich nicht lustig über die AfD, denn über Behinderten macht man sich nicht lustig. Die AfD gibt es seit fünf Jahren und seit fünf Jahren bin ich in Deutschland. Ich hoffe, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ich komme langsam mit dem Rechtsverkehr klar in Deutschland. Ich fahre hier wie in England auf der linken Seite, allerdings rückwärts. Das kommt gut bei der Polizei an. Ich wurde auf der Autobahn angehalten. Der Polizei sagte, na, haben wir was getrunken? Ich sagte, wir. Ich glaube nicht. Ich bin nämlich sehr anspruchsvoll, wenn es um Gesellschaft geht. Ich hätte mich lieber dumm stellen sollen, aber das wäre doch Amtsanmaßung, oder? Ich weiß nicht, was ich vom deutschen Essen halte. Ich habe dieses Zeug hier. Tee, Wurst. Eigentlich sollte man Tee trinken, aber ihr macht eine Wurst daraus. Ich habe Tee, Wurst probiert, ich fand es ekelhaft. Vielleicht habe ich das nicht lang genug ziehen lassen. Und dann gibt es Bier-Schinken. Ich glaube, Bier-Schinken wird nur hergestellt, um Muslime zu provozieren. Ein einziges Mal in meinem Leben habe ich Currywurst bestellt. Der Mann in der Currywurst-Bude sagte, mit oder ohne Darm. Ich sagte, Liebe mit Pommes. Er sagte, nee, nee, wollen Sie eine Wurst im Darm haben? Ich war so, ey, du Wichser. Wie heißt du, Yoga-Watt? Roga. Roga? Natürlich. Hammer Name. Super, voll der schöne Name. Was ist das für ein Name? Woher kommt dieser Name? Aus Deutschland. Aus Deutschland. Natürlich. Die beiden wollten mich verarschen. Kann das sein? Roga. Ich habe noch nie einen Deutschen gehört, der Roga hat. Als Roger. Ach, als Roger. Na klar. Auch deutscher Name. Wusstest du nicht? Alles Roger. Sagt doch jeder. Wie heißt du mit Nachnamen Roga? Schneider. Schneider. Hammer. Super. Hammer Name. Komm, mein Name ist Chelid. Genau. Guckt er so, hä? Schwierig, ja, Chelid. Ich komme nirgendwo rein mit diesem Namen. Nicht mal ins Rathaus. Ich will nur meinen Pass verlängern. Nein. Und wenn ich Roga Schneider heißen würde, ich würde bekommen, was ich will. Ich gehe rein, mein Name ist Roga Schneider. Ja, natürlich. Der Pass, der Stuhl, der Schreibtisch, nimm was du willst. Aber wenn ich mit meinem vollen Namen dahin gehe, mein Name ist Khalid Bonoar. Er hat Allahu Akbar gerufen. Wir sind beim Thema Medien heute. Es gibt eine Sendung, die ich sehr feier, die gerade ihr Comeback hat. Super Toy Club. Für alle, die es nicht kennen, ich erkläre es kurz, ganz einfaches Prinzip. Bei Super Toy Club, das war eine Sendung, da haben vier Kinder gegen andere vier Kinder ein paar Spiele gespielt. Die, die gewinnen, dürfen am Ende ins Toyser Ass und sich zwei Minuten lang nehmen, was die wollen. Super Sendung. Ich habe es immer als Kind geguckt. Super Sendung. Ich wollte immer da mitmachen. Immer wollte ich da mitmachen. Das Problem ist, du brauchst drei Freunde. Ich hatte keine drei Freunde. Und die Jungs, die ich kannte, das waren alles gebürtige Deutsche aus gutem Elternhaus. So Roga und Gerion. Und immer wenn ich die gefragt habe, hey, komm, wir gehen zu Super Toy Club, dann dürfen Sie uns Toyser Ass und nehmen, was wir wollen. Haben die immer geantwortet, na und, das kann ich auch so. Also wir sind reich, Khalid. Also musste ich meine Ausländerjungs fragen, die aus den Hochhäusern. Da habe ich die gefragt. Alle haben zugesagt. Das Problem ist, alle waren über 18. Also mussten Ausweise gefälscht werden und Bärte abrasiert. Wir kommen bei der Sendung an, der Moderator schockiert. Auf der einen Seite vier zehnjährige blonde deutsche Jungs, auf der anderen Seite vier ausgewachsene Kanacken mit Bart und Zigarette im Mund. Und er fragt auch noch einen von uns so, bist du dir sicher, dass du erst elf Jahre alt bist? Ja, ja, wallah, hast Probleme damit? Bei uns hast du Bart wuchs schon mit fünf, mein Freund. Natürlich haben wir gewonnen. Wir dürfen ins Toyser Ass und nehmen, was wir wollen. Wir stehen an der Startlinie. Bei drei geht's los. Eins, bist du bereit? Ja, wallah, ja. Zwei, einer holt Messer raus. Keiner weiß, warum. Drei, wir rennen los. Alle schubsen sich gegenseitig weg. Verpiss dich, das sind meine Playstations. Ey, das sind zehn Stück. Ich hab neun Geschwister. Man hört einen afghanischen Vater im Hintergrund. Ah, hol mal Rasierer. Die Mutter auch. Ja, hol mal Rasierer. Einer packt mittendrin sein Handy aus. Bruder, komm mal Hinterausgang mit Transporter. Ich hab nur eine Minute dreißig. Das Spiel ist vorbei und man gelangt an ein Tresor. Und der Moderator erklärt das Spiel mit dem Tresor. So, Kinder, hier befindet sich ein Tresor. Ihr benötigt vier Karten, um diesen Tresor zu öffnen. Ihr habt drei Sekunden Zeit, diese vier Karten aus diesem Becken voller Bälle zu fischen. Kommt zurück. Der Tresor öffnet sich auf magische Weise. Und jeder von euch bekommt noch ein Fahrrad und eine Playstation. Ist das nicht toll? Der Typ noch nicht mal zu Ende geredet. Einer von uns schon am Tresor. Jalla Jungs, lass mal reingehen. Ich so, ey Bruder, wie hast du das aufgemacht? Bruder, McFit-Karte macht alles auf. Ich verdiene kaum Geld mit der Scheiße hier. Ich verdiene nicht wirklich Geld mit Comedy. Das ist die erste TV-Aufzeichnung von mir. Das ist bei Comedy Central. Also, das Budget ist begrenzt. Das ist eine neue Sache, die ich mir angewöhnt habe. Immer wenn ich irgendwas sage, was mir echt unangenehm ist, weil es sehr intim ist, mache ich einen Stereotypen, russischen Akzent mit italienischen Gesten. Weil ich mir gedacht, das ist ganz cool. Wenn es dann doch zu krass war, kann ich immer noch hinterher so tun, als wäre es ironisch gemeint. Irgendwie zurückrudern, irgendwie sowas sagen. Ja, Quatsch, mach's ab, echt doch nicht. Ich habe letztens mit einem Mädel rumgemacht. Das war ganz gut. Das war ganz cool, wie wir uns kennengelernt. Sie sah mega gut aus. Wir sind zu ihr. Sie hat einen Mietvertrag. Und sie sah so gut aus, dass habe ich mich unter Druck gesetzt gefühlt. Habe ich kein Hochbekommen. Quatsch, als ob, Leute. Ich, 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 ich besorg's jeder immer. So will ich irgendwann mein Soloprogramm nennen, übrigens, wenn ich eins habe. Ich besorg's jeder immer. Verletzliche Comedy. Das wäre ganz geil, wenn es einen Comedian gäbe, der so denkt, er macht sich super verletzlich auf der Bühne, der sich so einredet, er gibt sich voll die Blöße, dann wird er so angesagt von Maxi, kommt hier rauf. Und ist dann so, hey Leute, zuallererst ganz ehrlich, ich fick die Fotzen weg. Ganz ehrlich, Leute, mein Schwanz ist so groß, er verletzt Gefühle. Es ist einfach nicht mehr fair. Ich glaube, Körpersprache ist dann echt wichtig bei so einer Aussage. Dass man sich irgendwie was überlegt oder so. Dass man so, ja, ich fick die Fotzen weg. Also, dass man sich ein bisschen rein dreht in die Aussage. Keinen, keinen hochbekommen. Wenn man keinen hochbekommt, verlieren alle. Also, niemand geht als Sieger aus der Situation. Also, mein Penis hat uns beide verunsichert. Wir waren beide auf einmal so, was ist hier passiert? Aber im Endeffekt war alles gut. Im Endeffekt war alles gut. Das Coole war, sie war relativ jung, nicht so erfahren. Und sie hat irgendwie sofort sich selbst die Schuld gegeben. Und ich war so, ja genau. Ich hab sie so ermutigt. Ich hab ihr so zugereht. Ich war so, ich mag, wie du denkst. Du bist selbstkritisch. Fragst dich, was du besser machen kannst. Das Ganze hat uns irgendwie näher zusammengebracht. Wir waren in dem Moment irgendwie so ein Team. Wir haben es gemeinsam auf sie geschoben. Das war Teamwork. Sie war da so, hab ich irgendwas falsch gemacht? Ach, ist irgendwas? Ich so, ja. Sollen das Titten sein? Ich meine, komm schon. Streng dich an. Bin ein richtiger Mann. Oh Mann, ich mag die Stelle, weil ich verliere immer so ein paar Leute aus dem Publikum. Äh, aber das ist ganz witzig. Es ist nicht passiert. Das ist eine Comedy-Show. Es ist nicht passiert. Das hab ich erfunden. Also. Ich hab auf jeden Fall keinen Hoch bekommen. Das ist wahr. Aber ich hab anders reagiert. Aber es wär schon irgendwie ganz cool, wenn jemand so reagieren würde. Du kriegst keinen Hoch, wirst zum völligen Soziopathen plötzlich. Komplettes Arschloch. Bist so, ja, ich funktionier. Also, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich funktionier. Das ist mir noch nie passiert. Und dann kommst du so mit so richtig schlechten Ausreden. Bist so, ja, das Fenster stand auf Kipp. Und. Sag mal, woraus ist denn hier die Bettwäsche? Ist das Polyester? Sag mal, was ist das?